Wir brauchen dringend ein Drehkreuz. Und wenn jetzt am Wochenende eventuell die Grenzen aufgemacht werden, müsst ihr euch vorstellen, was das für München bedeutet. Die Wiesnbegit. Das ist sicherheitstechnisch nicht mehr am Hauptbahnhof zu stemmen. Sieben Millionen. Nein, ich rede von Sicherheitsproblemen. Wir stemmen es nicht mehr am Münchner Hauptbahnhof. Wir müssen die Züge vorbei. Wir hatten innerhalb der letzten 14 Tage 55.000 Ankünfte am Münchner Hauptbahnhof. 55.000. Und wir konnten die Züge nicht mehr weiterschicken. Und ihr habt den Königsteiner Schlüssel verwehrt bis auf Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Danke. Und wenn jetzt die Grenzen aufgemacht werden und wir die Züge nicht weiterleiten können, dann können wir für die Sicherheit in München nicht mehr garantieren. Wo ist das Drehkreuz? Wo ist das Drehkreuz? Seit 14 Tagen sagen wir, wir brauchen das nächste Drehkreuz. Es ist immer noch nicht da. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Es geht nicht um die Wiesn. Es geht elementar um Sicherheit. Und die Stimmung wird in München dann auch kippen. Die Hilfsbereitschaft ist gigantisch. Aber wenn es uns nicht gelingt, dieses, und wir reden schon gar nicht mehr vom Krisenfall, das Sozialministerium, wir haben im Lenkungsstab letzten Freitag diskutiert, ob wir den Katastrophenfall ausrufen. Das ist bei uns Hochwasser. Das hätte uns gar nichts mehr genutzt, weil nämlich schon alle Hilfsdienste Bayern weit mobilisiert waren. Der K-Fall hätte uns noch zwei Tage Luft geschafft. Wir hätten vielleicht noch zwei Tage länger Zelte bekommen. Und vielleicht hätte man noch zwei Tage länger Betten bekommen. Aber sonst nichts. Also selbst das Ausrufen des Katastrophenfalls hilft uns nichts in München. Und deswegen sind wir so ungeduldig, weil wir den Eindruck haben, dass man diese südbayerische Situation, und das ist keine parteipolitische Frage, sondern es ist nur eine Frage, zu erkennen, was sich an diesen Grenzen abspielt. In Passau, in Rosenheim und in München. Und ich bitte euch, kommt zu Besuch. Ich weiß, was ihr erlebt. Das weiß ich alles. Ich habe ja normal auch noch meinen Regelbetrieb. Also wir müssen ja auch noch wöchentlich 500 Flüchtlinge in GUs im Normalbetrieb unterbringen. Das stimmt, das weiß ich alles. Aber die Situation im Süden dieser Republik wird bald sicherheitstechnisch nicht mehr zu bewältigen sein. Und jetzt erzähle ich mir nur noch eine Geschichte. Wir wollten am Wochenende die Olympiahalle schon am Samstag aufmachen. Wir konnten die Olympiahalle am Samstag nicht aufmachen, weil wir nicht wussten, wie. Wir haben einen Twitter-Aufruf gemacht, dass wir Luftmatratzen, Isomatten bekommen, um den Menschen, tausend Menschen, überhaupt irgendwo hinzulegen. Also haben wir mit der Hilfe der Ehrenamtlichen aus München tausend Isomatten und Decken in die Olympiahalle transportiert. Die Hilfsdienste an der Kante. Also wie gesagt, Katastrophenmodus. So, und dann konnte ich aber die Olympiahalle nicht aufmachen, weil ich nicht wusste, mit wem. THW, BRK, alle haben abgesagt und gesagt, wir können nicht mehr. Wir sind mit unseren Kapazitäten am Ende. Ich hätte die Olympiahalle geöffnet mit der Gebirgsschützenmannschaft der Bundeswehr. 50 Soldatinnen und Soldaten, angeführt von Sozialpädagogen von mir, weil es wäre ein Dienst im Inneren der Bundeswehr gewesen. Also das Sozialreferat hätte den Soldaten gesagt, wie man eine Einrichtung führt. Das ist der Modus in Bayern. Überall. Im Passau, Rosenheim, München. Vielen Dank für Brigitte. Vielen Dank, Brigitte, dafür, dass du uns am Ende nochmal vor Augen geführt hast, was das wirklich bedeutet hat für euch in den letzten Wochen. Und wir haben das zum Teil von der Ferne gesehen. Ich habe das aber immer mit riesigem Respekt gesehen, was ihr da macht. Und dass natürlich auch nicht alle dann zum Königsteiner Schlüssel gestanden haben. Das ist betrüblich. Wahrscheinlich haben diese Länder auch aus Not heraus so agiert. Aber du sagst ja, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben gestanden. Aber alles, was du beschrieben hast, das zeigt doch, dass die Entscheidung, etwas Ordnung und Ruhe in das Verfahren zu bringen, erst mal richtig war. Und natürlich gibt es die Probleme mit Österreich. Da hast du ja darauf hingewiesen. Und es wird auch jetzt Probleme geben in Serbien, wenn die Ungarn keine mehr durchlassen. Und danach wird es die Probleme in Slowenien und in Kroatien geben. Das wird so sein. Wir können sie aber nicht dadurch lösen, dass wir auf all diese Maßnahmen jetzt komplett verzichten und sagen, okay, wenn alles andere nicht funktioniert, dann müssen wir es alleine machen. Das schaffen wir auf Dauer nicht. Übrigens, auch das hat mir dein Beitrag eben noch mal gezeigt. Man muss das auch können. Es reicht nicht, das allein zu wollen. So, ich werde diesen Punkt mit dem zweiten Drehkreuz, der ist ja für Niedersachsen geplant, auch heute Abend in den Sondersitzungen noch mal zur Sprache bringen. Ich bin übrigens morgen in Passau, um mich vor Ort zu informieren, auch bei der Bundespolizei, auch an Grenzübergangstellen. Ich glaube, wir müssen jetzt die Dinge, die getan werden müssen, sehr schnell tun und sehr eindeutig tun und müssen innen und außen parallel arbeiten. Was wir hier im Land tun müssen, ist das eine. Und was wir zur Verringerung der Flüchtlingszahlen außen tun müssen, ist das andere. Aber auch da wird höchster Einsatz gefordert sein. Da muss auch die Kanzlerin selber ran. Und im Augenblick, auch wenn Wahlkampf in der Türkei ist und auch wenn das widrigste Verhältnisse da sind, unter denen Herr Erdogan diesen Wahlkampf führt, wir kommen um eine Kooperation mit diesen Ländern nicht drumherum. Auch darauf werden wir heute dringen. Und ich glaube, das muss auch schnell gehen, damit wir wieder etwas Kontrolle über den ganzen Vorgang gewinnen. Und das, glaube ich, ist auch das Entscheidende für die Stimmung im Land. Ich darf mich noch mal bei allen bedanken, die heute gekommen sind. Uns hat das sehr geholfen. Das waren viele offene und klare Worte, die wir gehört haben. Und ihr lauft damit natürlich bei der SPD-Bundestagsfraktion offene Türen ein. Für uns ist es wichtig, dass wir das auch noch mal direkt von euch hören. Wir werden das gemeinsam schaffen, da bin ich ganz sicher, die notwendigen politischen Entscheidungen jetzt schnell herbeizuführen. Und dann sollten wir uns in nicht allzu ferner Zeit hier wieder treffen. Das hat ja heute schon jemand gesagt, das war nicht unser letztes Treffen. Wir werden diese Diskussion mit euch fortsetzen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Vielen Dank, Frau Weiner-Solz. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich will mich auch zunächst einmal bei euch sehr herzlich bedanken dafür, dass ihr gekommen seid und dass ihr so konstruktiv mitdiskutiert habt. Wir wollen und werden es auch so machen, dass die vielen Vorschläge, die hier gekommen sind, selbstverständlich eingebracht werden. Das ist nicht nur einfach ein Meinungsaustausch, sondern in dieser Meinungsaustausch soll auch wirksam werden. Deswegen will ich an dieser Stelle vielleicht auch noch mal sagen, dass ihr bei aller Auseinandersetzung, die es im Detail geben mag, hoffentlich auch wisst, dass die Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, Sigmar, die Fraktion aber insgesamt schon die kommunalpolitischen Belange, Auswirkungen nicht nur versucht kennenzulernen, sondern auch versucht abzumildern beziehungsweise die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das heißt mit anderen Worten, ich glaube, die Kommunen haben mit der SPD in der Großen Koalition wirklich eine wirksame Stimme bekommen. Und das müssen wir weiter betreiben. Wir werden die Debatte selbstverständlich weiterführen. Das, was eben gerade aus München vorgetragen worden ist, Thomas hat es gesagt, unmittelbar vielleicht schon heute, einige andere Vorschläge auch. Wir haben hier euch eine Berliner Erklärung vorgelegt. Jetzt hat der Sigmar schon ganz zu Anfang gesagt, wie ich finde, zu Recht, dass wir heute jetzt nicht hier auf einem Parteitag sind, wo wir sozusagen Resolutionsdebatten führen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, hier als politische Erklärung mit einigen Zusätzen, die gekommen sind, Stichwort Sören Ehrenamt beispielsweise oder Einwanderungsgesetz, so auf den Weg bringen können. Deswegen habe ich die Bitte, dass wir jetzt nicht noch eine Debatte über die, über die, über diese Berliner Erklärung geben, aber trotzdem, aber trotzdem soll es noch eine Bemerkung dazu geben. Nein, wenn aber in der Erklärung etwas Falsches steht, dann sollte man das im Grunde aussprechen. In Punkt 4, ich lese es mal, Sprache und Arbeitsmarkt im ersten Satz, eine frühere Öffnung von Sprachkursen für Asylbewerber ermöglicht und so weiter. Eine frühere ist ja die Steigerung von früher. Es gibt für Asylbewerber überhaupt keine Sprachkurse. Infolgedessen müsste es heißen, die Öffnung. Nein, für anerkannte Asylbewerber oder anerkannte, solange sie im Verfahren sind, gibt es dieses nicht. Nein, wenn die Bleibeperspektive da ist, bei denen, aber es faktisch gibt es sie, aber wir klären das noch mal und korrigieren den Punkt. Das ist natürlich eine Resolution dieser Versammlung, keine Resolution der SPD-Bundestagsfraktion. Und Genossinnen und Genossen, jetzt mal im Ernst, also jetzt können wir jetzt nicht noch anfangen in die Debatte, in die Debatte noch mal wirklich einzusteigen. Ich habe an... Ich bringe es uns nach vorne. Ja, okay. Dann versuchen wir da so einzuarbeiten, dass es jedenfalls nicht rechtlich widersprüchlich ist, sondern unsere politische Haltung und unseren Willen zum Ausdruck bringen. Und jetzt frage ich einfach mal hier in die Runde, ist denn jemand dann etwa nicht damit einverstanden, dass wir das auf diese Art und Weise machen? Dann soll er sich jetzt zu Wort melden oder sein Zeichen abgeben. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich euch sehr für dieses einmütige Votum und für diese Unterstützung. Herzlichen Dank auch an alle Beteiligten hier vorne und wir werden uns in Kürze wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank.